Das Dorf eignet sich ausgezeichnet zum Übernachten, Herr Major. Ich schlage dir vor, dass sie und ich in diesem Haushalt übernachten. Ihre Männer haben das Teuer bereits weit geöffnet. Die Russen sind nur drei Kilometer entfernt. Wir werden versuchen, vor Einbruch der Dunkelheit sie einzuholen. Bei allem Respekt, Herr Major, wenn ich dazu was sagen darf. Die Männer sind den ganzen Tag gelaufen, sind müde, sie bräuchten vielleicht etwas zu essen und eine Pause. Sonnenstrahl, meine Aufgabe ist es, den Durchbruch zu schaffen und nicht den Männern der Waffen-SS einen Urlaub zu organisieren. Wenn der Tankwagen kommt, tanken wir und fahren sofort weiter. Da gibt es ein Problem, Herr Major. Der Tankwagen wird es nicht vor Einbruch der Dunkelheit schaffen. Warum? Er liegt hoffnungslos zurück. Wir haben ihn bereits vor drei Stunden überholt. Hat man Ihnen das nicht berichtet, Herr Major? Das ist ein verdammter Mist. Danke für die rechtzeitige Information, Herr Oberst. Krüger! Krüger, sammeln Sie den Bremsstoff an die Kettenmaschine und gehen Sie zurück. Holen Sie den Tankwagen und bringen Sie ihn so schnell wie möglich hierher. Krüger, dieses verdammte Land ist ein einziger Schweinedrog. Hier kann man nur verrecklich im Dreck oder erfrieren. Hier kann man nicht gewinnen. Verzeihen Sie, Herr Major. Der Führer hat uns doch versprochen, dass wir in zwei Wochen Stalingrad einnehmen werden und dass die Russen dann kapitulieren werden. Der Führer. Ja sicher. Aber die Russen, die Rotamisten, haben dazu ihre eigene Meinung. Ihre eigene Meinung? Die Rotamisten? Ja. Jetzt werden wir diese asiatischen Schweine fragen, was sie wirklich denken. Aufstehen! Aufstehen, ihr Draxsacke! Stalingrad kaputt? Antworten! Antworten! Hörgern auf damit! Setz dich wieder hin! Setz dich wieder hin! Wir können Sie noch sehr gut als Minenfutter gebrauchen. So wie die Kämpfende werden wir noch genügend Gefangene machen. Stalingrad kaputt? Antworten! Kaputt. Moskau kaputt! Antworten! Kaputt. Alle kaputt. Alle kaputt. Ich kaputt. Alle kaputt. Moskwa kaputt. Stalingrad kaputt. Nicht kaputt. Alles kaputt. Alles kaputt. So, Herr Major. Bei der Bescheidenheit jetzt haben wir die Meinung der Rotamisten gehört. Gott. Stopp! Mit Gott!